Herzlich Willkommen zum Modul 7 im Rahmen des MOOCs. Das Internet in meinem Unterricht, aber sicher, es geht jetzt um Datenschutz in der Schule. Ein Thema, das im Moment in vielen Munden ist, viele Leute diskutieren darüber, es gibt viele Unklarheiten und es gibt auch unterschiedliche rechtliche Situationen zu diesem Thema. Daher finden Sie im Anschluss einige weitere Videos, die die Situation in den verschiedenen teilnehmenden Ländern, also Deutschland, Österreich und Luxemburg genauer beleuchten. Was aber überall gibt, es gibt Persönlichkeitsrechte von Personen und damit auch von Schülerinnen und Schülern und manche davon sind sensible Persönlichkeitsrechte. Dies gilt zum Beispiel in Österreich und in Deutschland. Da geht es um die ethnische Herkunft, die politische Meinung, da gehört auch Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse und politische Überzeugung, die Gesundheit und das Sexualleben dazu. Jetzt werden viele dieser Punkte im schulischen Kontext nicht so sehr eine Rolle spielen, aber gerade das Religionsbekenntnis und die Gesundheit sind durchaus Dinge, die immer wieder auch von Lehrenden erhoben werden und die auch immer wieder irgendwo in eigenartigen Quellen im Internet auftauchen können und nicht etwas sind, das die Schülerinnen und Schüler selbst in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht haben, sondern das wirklich von Lehrenden aufgenommen wurde. Die Leistungsbeurteilung spielt hier auch noch eine gesonderte Rolle, vor allen Dingen, wenn Leistungsbeurteilungsnoten in Verbindung mit dem Namen irgendwo abgespeichert werden. Besonders darauf achten, dies zu vermeiden. Was geht es also im schulischen Kontext? Es geht darum, regelmäßig löschen. Lehrende sind ja Jäger und Sammler und dies auch in der digitalen Welt. Wo schaut man, dass man möglichst viele Unterlagen zusammenbringt, man könnte es noch mal brauchen und hier könnte man sich durchaus andere Vorgehensweisen angewöhnen. Zum Beispiel, wenn man erhoben hat für einen Schulausflug, welche Essen die verschiedenen Kinder zu sich nehmen dürfen, dies einfach danach wieder löschen. Solche Vorlieben ändern sich auch im Lauf des Lebens der Schülerinnen und Schüler. Also die Notwendigkeit hinterdenken, überdenken und sich auch genau überlegen, was speichert man wo. Also wo ist Datenschutz in der Schule relevant? Das ist einerseits im Zusammenhang direkt mit dem Unterricht, also die Leistungsbeurteilung, aber durchaus auch im Zusammenhang mit Online-Angeboten, wo Schülerdaten gespeichert werden, zum Beispiel durch Schulbuchverlage, auf Lernplattformen oder Schulwebsites. Informationen, die die Schulen selbst veröffentlichen. Manchmal werden Klassenlisten mit den echten Namen in vielleicht fragwürdigen Plattformen genutzt und unter den Lehrenden geteilt. Bitte hier darauf achten, das kann man durchaus einfach anonymisieren, ohne diese Informationen dann weiterzugeben. Die Schulverwaltung ist hier im Endeffekt nicht unser Thema. Das liegt ja in der Regel nicht in der Hand der einzelnen Lehrenden. Wenn es um die Privatsphäre von Schülerinnen und Schülern geht, dann sind nicht alle Unterlagen gleich schutzwürdig, kann man sagen. Allgemeine Infos über den Schulalltag, welche Veranstaltungen, wo sind, ähnliche Dinge, die sind jetzt für die einzelnen Personen weniger schutzwürdig. Bei Unterrichtsprojekten kann man schon genauer hinschauen. Welche Informationen sind hier dabei? Lassen sich beispielsweise Schülernamen anonymisieren, und kann ich aber trotzdem Unterrichtsprojekte online umsetzen, auch dokumentieren und vielleicht sogar veröffentlichen. Wenn das unter dem Namen von Schüler und Schülerinnen ist, könnte man eine Erlaubnis hier bei den Schülern selbst bzw. den Eltern einholen. Sensible Daten, persönliche Daten, die sind sehr schutzwürdig und hier auch wirklich darauf achten, dass man sie nur in Umgebungen online speichert und nutzt, die auch nach den nationalen Bestimmungen erlaubt sind bzw. gibt es regional auch immer wieder unterschiedliche Zulässigkeiten von bestimmten Systemen, hier sich einfach erkundigen bei den eigenen Kolleginnen und Kollegen. Ein Thema, das sehr viele beschäftigt und wo wir vielleicht aber noch nicht alle Antworten wissen, ist, wie kann ich Cloud-Systeme im Unterricht einsetzen? Das können ja ganz unterschiedliche Plattformen sein, wo ich mit Kindern verschiedenste Unterrichtsprojekte umsetze und hier ist in den Vorüberlegungen immer die Frage, wo werden denn die Daten gespeichert? Ist dies in Europa? Ist dies außerhalb von Europa? Dies liegt oft den Überlegungen zugrunde. Davon unabhängig ist es aber für die Lehrkraft wichtig, sich zu überlegen, was ist denn aus pädagogischer Sicht wichtig? Welche Plattformen eignen sich auch zu welchem didaktischen Zweck? Dies auch durchaus miteinander zu diskutieren. Wenn ich Eltern bzw. bei älteren Schülern deren Einverständnis einhole, ist in vielen Ländern auch vieles möglich umzusetzen. Letztendlich muss ich mir immer überlegen, wo sind die Daten gespeichert? Wer finanziert welches System auch mit Daten? Kann ich das transparent machen mit meinen Schülerinnen und Schülern und mir auch mit ihnen dann einfach überlegen, was wo sinnvoll ist und wie wir es gemeinsam nutzen können. Was kann ich also im Unterricht machen als Lehrkraft? Ich kann mir zum Beispiel miteinander überlegen, was sind denn eigentlich Daten, die es in unterschiedlichen Unterrichtsfächern wie zum Beispiel Mathematik, EDV, in Geografie. Ich kann mir überlegen, wo und wie machen sich den Daten auf den Weg heute? Was ist sozusagen bei der internationalen Datenverarbeitung hier auch interessant für den oder die einzelne Person? Spannend ist auch immer herauszufinden, wer speichert denn meine Daten und wie kann ich selbst auch Auskunft darüber bekommen? Und wir können gemeinsam thematisieren, wie wir mit Daten von anderen Personen umgehen, also was wir sozialen Netzwerken veröffentlichen, wie wir mit Telefonnummern umgehen, wie wir Bildrechte achten und ganz zum Schluss alte Daten löschen, nicht vergessen. Ja, viel Spaß mit diesem vorletzten Modul. Viele Informationen, auch länderspezifisches finden Sie in den Unterlagen. Lassen Sie sich anregen und nicht abschrecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017